Ah, das ist... Ich glaub, das ist länger, ne? Ja, nehmen wir das hier. Warte, ich hatte doch sowas mit. Das ist ja doof. Holzenentferner. Ich nehm doch mal das mit. Mal schauen. Vielleicht kann ich ja irgendwie... Ich weiß nicht, ob das überhaupt... Ist das optional? Oder... Keine Ahnung. Also hier, wo... Ja, keine Ahnung. Ah, warte. Das ist eine sehr gute Formel. Ah. Das ist ein Puzzle. Das Dörter wird schmerzen. Okay, du wirst das nicht gefallen. Und tot! na gut ich wüsste jetzt aber eigentlich trotzdem ganz gern 9 und 9 nach links und hier gibt es keine nummer 9 zumindest sehe ich keine da ist die 8 7 3 4 wo ist die 9 weißt du das hey kid what's up with the directions i was able to piece together i think i might be able to get this thing started i don't know it's a long shot i don't even know what the fuel situation is with this thing we'll find out you mess around in the engine compartment yet what is this i'm sorry about the rv what is there was my call this one's on me the radiator is fucking hosed in that thing so she won't make it 30 miles we figure this train out maybe it turns out she did us a favor na dann ok then ja warte mal irgendwas muss ich mit den keksen kann ich die carl äh clementine oder so geben Vielleicht wird sie dann ein wenig entsp... Nee, ihm. Na toll, ihm muss ich die Kekse geben. Toll. Danke, das ist sehr wichtig. Er ist nicht fassig, du weißt. Was? Die meisten Kinder sind wirklich fassig, was sie essen. Ich liebe Vegetable, das Kind. Nicht Doc, oder? Nein. Das größte Problem, den ich immer habe, ist, dass ich ihn einen Falk benutze. Danke, Lee. Klar. So, na dann schauen wir mal in den Maschinenraum oder irgendwas in der Richtung und wenn ich ihn finde, keine Ahnung wo der ist, dann sind das vielleicht diese anderen Türen hier. Na, was ist los? Kannst du die jetzt gar nicht mehr aufmachen, oder was? Ach doch. Ach, das ist wieder die. Nee, das will ich ja gar nicht. Wollt die andere. Die hier. Genau. So, neun. Da haben wir noch links. Warte. Links und das andere nach rechts. Aha. Es lebt. Es lebt. Holy shit. Wir sind golden. Was ist mit Doc? Was ist mit dem? Schau, Kitty. Es ist etwas, was wir mit uns zu tun haben. Hast du nicht gehört, Kat? Wir wissen nicht shit, Lee. Lass uns das mal genießen. Lass uns das mal genießen. Ich kenne das mal. Mal schauen, ob sie sich umgehebt. Ja, ja. Larry konnte sofort erschlagen, weil er dachte, er wird sich verwandeln. Aber hier. Sein Junge wurde gefisst und damit hat er überhaupt kein Problem jetzt, oder wie? Es ist alles yours. Toll, danke. Äh. Das ist der Trottel. Ja, dann machen wir hier. Damn. Verdammt! Natürlich, wir sind noch enttäuscht. Könntest du gehen, wo wir befinden und uns nicht befinden? Ja. Dann muss ich da rein und auf der anderen Seite wieder raus, ne? Hier wieder raus, genau. Guten Tag, haben wir sonst noch irgendwas rumliegen? Nee, oder? Nee, sieht nicht so aus. So, öffne dich! Da! Hey Kenny, wir sind los! Großartig! Und jetzt wieder rein! Hast du nichts an meine Sachen? Oha! Ja, da steht einfach so ein Typ. Ich hab nichts genommen. Haben die Karte mit der Zugstrecke. Auf der Karte der Zugstrecke. Das ist gut, du kannst das. Wirklich? Ja. Ich hab die alle direkt hier. Ich glaube, das ist nicht schlechter für die Weile. Name ist Chuck. Charles, wenn du dich interessiert. Lee. Ist das deine Crew draußen? Ja. Und der Typ in der Karte. Er auch. Ich sehe dich durch hier. Und dachte mir, dass du die Karte ausfüllen kannst. Was? Aber ich kann mich nicht mehr so machen. Du wirst mich immer wieder aufschrauben. Die Leute machen das. Ich habe schon alle in der Karte. Ich habe alle in der Karte kennenzulernen. Ich habe alle in der Karte kennenzulernen. Ich habe alle in der Karte kennengelernt. Ich habe alles 50 % yn belge treats. Willkommen. Danke. Du kennst Kenny? Ich habe sicher gemacht. Ein Mann hat meinen Liebe auf die Straße. Das ist bestimmt. Ich bin sehr entschuldig, dass dein Sohn nicht gut fühlt. Ich empfehle deine Worte. Na ja, mit einem kleinen TLC bin ich sicher, dass er wie fit als ein Fiddle in kein Zeitpunkt wird. Das glaube ich nicht. Ich kann euch alles was ich habe. Obwohl es nicht viel ist. Danke. Wir möchten das gleiche machen. Warum halten wir auf die... Bleib mit uns. Wir möchten die Firma. Können wir jetzt fahren bitte? Oder... Ist es ja so gemütlich auf dem Baumstamm? Hey Chuck. Wie geht's dir? Wie geht's dir? Warum nicht? Warum nicht? Wir sehen uns gut zu sein. Okay, dann. Entschuldigung. Ich liebe dich mit euch. Es ist schön. Wir haben uns auf einen schlechten Tag. Wir haben noch ein paar Kinder. Und das ist gut. Und das ist gut. Das ist ein bisschen was. Das ist ein bisschen was. Von woher bist du? Du живst hier? Georgiaboy. Du hast gesehen, wo ich bin. Ich spreche mit dir später. Ich hoffe so. Du hast gesehen, was du hast? Du hast geredet. Du hast geredet? Du hast geredet. Du hast wójst gut. Du hast gut. Du hast gut. Du hast leckeres was. Du hast genau. Du hast zu simult. Du hast geredet. Du hast in Ordnung. Du hast ja so ganz geklärt. Also das ist gut? Wir werden sie schlagen? Das ist so, ja. Super. Wir haben noch viel mehr, also gehörst du was, was du hast. Los geht's. Willst du fahren? Na gut, du hast meine Zuhause genommen. Das ist ja, dann? Ich habe noch nichts besser für die verrückten Kralli-Krollen als das Boxcar. Duck ist sick. Get on the train, Clementine. He's getting sicker. Let me look at him. Ah, ihr könnt das nicht ignorieren. We can't ignore this. Look at the kid, Kenny. This is happening. And if it were, what can we do here? We get on the train and we find something better. That is the plan. I think Lee just wants to talk it through. It's talk through. Get on cat. I'll be up front. I don't want to hear any nonsense until we get where we're going. I don't get there to hear any nonsense. ... ... ... ... ... ... ... ... ... jetzt hier. Los! Er fährt. Man weiss zwar nicht wie lang, aber er fährt. Es ist jetzt ein Weißlein. Mit der Zombie guckt. Ehrlich? Es muss sich nichts machen. Es wird schwer auf dich, oder? Drei Kinder, um drei Kinder zu beobachten. Kein Respekt, Junge. Es gibt mehr von uns, ja? Der Vater kriegt sie? Nur zum Teil. Ah, Levin hat sie. Lee. Lee, ich brauche dich. Jetzt. Ich brauche dich, um Ken zu holen. Würdest du das aus seinem Gesicht nehmen? Meine Hände sind voll hier. Könntest du das aus seinem Gesicht nehmen, bitte? Er ist aus dem Zeitpunkt. Wir müssen diesen Trainern stoppen. Okay. Bitte. Du musst den Trainern stoppen. Ähm. Wo war der Hebel hier irgendwo, ne? Wo? Die Bremsen? Was? Was soll ich denn? Ich kann hier nirgends. Das wird er nicht. Entschuldigung. Ich muss nicht so sprechen. Geh zurück und erzähl meine Frau, dass alles gut ist. Was ist das verdammte Problem? Er ist ein bisschen verrückt, aber wir können nicht nur aufhören. Es ist ein Verbrechen. Er ist nicht wie die anderen. Jesus, all of euch sind einfach nur aufhören.